Hallo und herzlich willkommen bei UbiTested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute aus Brüssel vom Autosalon mit dem neuen Dacia Spring Electric Extreme. Und da hat sich durchaus etwas Wesentliches verändert. Was das genau ist, das werden wir uns jetzt im Detail genauer anschauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Neu, natürlich an der Front bereits das komplett neue Logo mit einem neuen Kühlergrill-Einsatz, den wir hier haben. Hier hinter der Klappe verbirgt sich der Ladeanschluss. Der Dacia Spring Electric lädt weiterhin nur noch einphasig mit maximal 6,6 kW oder eben optional gegen 600 Euro Aufpreis mit einem CCS-Schnellladeanschluss maximal 30 kW. Was aber neu ist hier beim Dacia Spring Electric Extreme, das ist die neue Ausstattungslinie, die Expression ersetzt. Das ist auch diese Ausstattungslinie, die die meisten Kunden bei uns in Deutschland genutzt haben. Neu jetzt haben wir kupferfarbene Details, unter anderem hier an den Außenspiegeln, an der Dachreling und auch eben im Innenraum. Das werden wir uns gleich noch im Detail anschauen. Interessant auch, dass man so ein bisschen diesen Offroad-Charakter hervorheben will. Wie macht man das? Hier mit Topografie-Linien, die hier seitlich aufgeklebt sind. Diese werden dann aber auch nochmal rezitiert, tatsächlich im Innenraum. An der Batterie hat sich nichts geändert. Weiterhin 26,8 kWh netto nutzbare Speicherkapazität. Die Reichweite soll auch weiterhin bei rund 230 km WLTP liegen. Neu hier am Heck auch der Dacia Schriftzug. Jetzt hier in Kupferfarben sehen wir hier auch die neuen Rücklichter, die eben dann wieder diese Dacia Designlinie, die neue, aufgreifen. Der Kofferraum unverändert, klein, quadratisch und auch ausreichend praktisch, wie wir sehen. Da geht genügend hinein. Die Platzverhältnisse sind für einen Kleinstwagen durchaus ausreichend. Im Innenraum, da können wir ganz schnell hineinschauen, sehen wir das wesentliche Veränderungsmerkmal. Hier neue Gummifußmatten, auch hier wieder Topografie-Linien. Die werden auch aufgenommen durch die Einstiegsleisten, wo sich das Ganze dann wiederfindet. Und wie schon erwähnt, im Innenraum einzelne kupferfarbene Elementen, zum Beispiel hier in den Türverkleidungen oder aber um die Lüftungsdüsen, sehen wir dann hier beim Xtreme. Innen weiterhin ein voll digitales Kombi-Instrument. Optional dann in der Mitte das Navigationssystem. Und was ist komplett neu? Das ist das Wesentliche. Das steckt nämlich unter der Motorhaube. Es gibt jetzt für den Dacia Spring Electric Xtreme eine neue Motorvariante. Es gibt nun einen Motor mit 65 PS. Das ist eine satte Leistungszuwachs. Und wir haben ein neues Getriebe, was eine höhere Rekuperationsleistung ermöglichen soll. Dadurch auch eine vielleicht gesteigerte Reichweite. So viele Informationen sind bis dato hier noch nicht durchgesickert. Was ich euch aber jetzt schon sagen kann, ist der Preis. Der geht bei 24.550 Euro eben hier für den Dacia Spring Electric Xtreme los. Damit liegt er 1.800 Euro über dem Einstiegspreis von dem normalen Dacia Spring Electric mit 44 PS. Ist es eine günstige Alternative, um mehr Power zu bekommen? Das ist die Frage an euch. Schreibt es mir unten in die Kommentarbox. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage Tschüss und Servus aus Brüssel mit dem Dacia Spring Electric Xtreme. Ciao.